Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge The Walking Dead. Jetzt. Ja. War ja fast zu erwarten. Gibt es denn hier irgendwas, was sie hier mitnehmen können oder müssen wir jetzt mit denen reden? Wir reden mal mit ihm. Ah ja, das ist alles, was wir machen können. Okay. Hier ist noch eine Treppe. Geht's nicht lang. Geht's auch nicht lang. Hier ist die Treppe. Geht's lang. Gut, da geht's offensichtlich nicht hoch. Wir haben ja wieder eine Kanone und Kanonenkugeln tatsächlich diesmal auch. Und ähm... Naja, aber es wär schon ganz cool, oder? So, hier. Was gibt's hier? Oh, ich hätt's aber eingesteckt. Man hat ja sonst nix. Oh, und so. Ich immer noch... Was ist das? Oh, was ist das? Hey, look at this. An old coat. Nice. Good find, Clem. You should hang on to that. It's gonna get a lot colder before it starts getting warmer. And someone could use it. I guess you've already got that old coat I gave you. I feel so bad about everything that happened. Hopefully you won't always think of me like that. Not that I blame you if you did. I haven't always used the best judgment. You finally opened your eyes about Carver and what a bad person he was. That's something. Yeah. Clem found a jacket. That's great, but isn't Gray the, you know, we can't put Rebecca in a confederate coat. Oh, I didn't even think about that. Guess it's better than nothing, though. So, was gibt's hier noch? Ach, Gottchen, Lea, 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 Lea. Tja, und nur sind wir jetzt durch, oder? Sieht so aus, oder? Hier geht's nicht weiter. Wo können wir denn jetzt... Ach, da ist jetzt... Ach, jetzt kann ich da ein Studiator noch. Tor noch, besonders. Also ganz ehrlich, diese Laufsteuerung, die ist echt eine Katastrophe. Du hast es doch gelernt. Dreht mal ein paar Mal drauf, oder nicht? Guck mal rein. Sammel mal. Nicht, dass unser Kollege da nicht gerade schon mal geguckt hätte. Oh, jetzt haben wir es runtergenommen. Ah, ja. Cleveres Mädchen, du bist. Simples. Wasser. Wasser, links da, ne? Ja, 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 ja. Wir wissen ja alle, dass es jetzt nicht gut gehen wird, oder? Okay. Maybe I push from... Nicht pushen, ziehen! Ah, ja, ich... Ah, ja, ich... Ja, wahrscheinlich. Das krieg ich noch niemals gehoben. Was? Ich hätte sie gerollt, oder so. Ich hätte sie gerollt, oder so. Oh, was gibt's denn jetzt schon wieder? Was ist denn? Oh, das schaffe ich doch wieder nie. Nichts, wenn man jetzt schießt. Was ist denn, wenn man jetzt nicht mehr schießt? Oh. Ich bin sogar Hunger, als ich vorhin war. Wie bin ich in einem Ort, wo ich mich glücklich bin, dass ich nicht essen, Raccoon zu essen? Well, ich bin ein bisschen glücklich, dass es weg ist. Es hat eine Familie. Ja, ich auch. Naja, zumindest haben wir was zu schränken. Wie schmeckt das Speer so? Was macht ihr denn immer noch hier? Ach, du Scheiße. Das ist... Kenney? Oh, wir hätten vielleicht auch Kenny helfen sollen. Ich war gerade unentschlossen, aber ich glaube, Kenny ist so da so gerade... Ich glaube, der nennt das gerade als Wutventil. Nein, ist er auch glaube ich nicht. Komm jetzt, komm jetzt. Komm. Putt, putt. Ach, du Scheiße. Okay. 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 Das wüsste ich auch gern. Okay. 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 Und jetzt. Uh. Okay. Oh. Ähm. Okay. Aber. Genau. Ich weiß. Hier. Es ist groß, es ist schwer. Ja, 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 ja. Aber es hat Rollen. Ich weiß nicht, ob das so clever ist, wenn die Tür aufgeht. Oh. Und jetzt haben wir das Treppenproblem nicht mehr. Oh nein. Komm schon. Was? Das ist ja wieder umgekehrt. Da... Ah, 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 ah. Da, aber vielleicht dann. Los, 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 los. Die Zombies rülpsen ja schon wieder gekonnt in mein Ohr. Stimmt gar nicht, du redest zwischendurch noch. Gut, also spätestens jetzt haben wir das Streppenproblem nicht mehr. Ach du Scheine. Ach, dass sie immer so schreien müssen. Na super. Yay Leute, wir haben ein Baby. Ich weiß nicht, ob das so geil ist. Hey, Clementine. Hey. Wie geht's er? Er ist perfekt. Wer ist ein perfekt little Mann? Wer ist der größte perfekt little Mann in der ganzen Welt? Was werden wir jetzt machen? Wir können nicht hier bleiben, können wir? Ich habe eine Reste. Es wird kohlen. Clementine, ich kann nicht denken über das jetzt. Wir denken etwas, nur nicht in diesem Moment. Ich bin okay, ich bin okay. Ich wünsche mir nur, dass ich warm bin. Clem, warum nicht ihr euch den Coat, die wir haben? Sorry, du kennst, nicht die Farbe. Nein. 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 Leute, es ist eigentlich Zeit für eine Folgenpause. Ich mache hier mal einen fixen Schnitt und wir sehen uns gleich wieder. Das war ja. Bis zum nächsten Mal.